Tja, wie ihr seht, Milch hat es auch schon getroffen. Haarausfall bei mir erblich bedingt. Es gibt aber auch viele andere Gründe für Haarausfall. Und vor allen Dingen auch Frauen haben sehr oft in verschiedensten Lebensphasen mit Haarausfall zu tun. Was das mit den Hormonen zu tun haben könnte, mit speziellen Nährstoffen und was man auch dagegen tun kann, das erfährst du alles in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, die guten Haare, ganz ehrlich, mich stört das natürlich auch, dass ich hier sehr viel Haut auf einmal habe. Früher war das nicht so und da fand ich das durchaus schöner. Woran liegt das eigentlich? Schaut man sich so eine Haarwurzel oder ein Leben des Haares ein bisschen genauer an, dann kann man relativ genau feststellen, wie oft so eine Haarwurzel überhaupt zum Leben erweckt wird. Also wie oft die eine Wachstumsphase durchläuft. Das sind 12 bis 14 Mal. Also nur 12 bis 14 Mal pro Menschenleben durchläuft so eine Haarwurzel eine Wachstumsphase. Sind diese Wachstumsphasen vorbei, dann ist es auch vorbei mit dem Haarwuchs. Deswegen haben auch viele ältere Menschen relativ großen Haarverlust oder sehr dünnes, sprödes Haar. Die wachsen einfach nicht mehr. Neben diesen normalen Prozessen des Wachstums gibt es aber auch noch einen sogenannten gesteigerten Haarausfall. Das nennt man auf Schlau auch Effluvium. Und dieser liegt vor, wenn 100 oder mehr Haare pro Tag ausfallen. Ganz ehrlich, so richtig gut zählen kann man das Ganze natürlich nicht. Man hat dann so ein Gefühl, dass es irgendwie viel mehr ist. Und die meisten kennen das vielleicht von den Frauen, die morgens irgendwie mit der Bürste da stehen oder abends. Und auf einmal ist diese Bürste mit so einem Büschel versehen. Und man denkt, oh mein Gott, morgen habe ich eine Glatze. Für diese Art von Haarausfall gibt es meistens einen Auslöser. Das ist die gute Nachricht. Die etwas schwierigere Nachricht ist, dieser Auslöser liegt meistens 2 bis 3 bis 4 Monate in der Vergangenheit. Das wissen viele nicht und suchen jetzt in der kürzesten Vergangenheit, was habe ich letzte Woche gegessen, was war los, nach der Ursache. Aber tatsächlich liegt es wahrscheinlich länger zurück. Und das Gemeine und die schlechte Nachricht ist, Haare brauchen ziemlich lange, um sichtbar nachgewachsen zu sein. Da sprechen wir tatsächlich von 6 bis 12 Monaten. Also es kann bis zu ein Jahr und länger dauern, bis man wirklich das Gefühl hat, hier sind die Haare sichtbar nachgewachsen. Nun ist noch eine kleine schlechte Nachricht, dass so ein Haarausfall ja auch nicht an einem Tag ist. Also wenn du mit dir morgens die Haare würstest und auf einmal ist ein Büschel drin, ist das morgen auch nicht wieder vorbei. Sondern das kann Monate anhalten. Und das ist das Gemeine, wenn man weiß, dass man 6 bis 12 Monate wieder auf sichtbar neues Haar warten muss, ist das natürlich eine ganz schön lange Zeit, wo man mit ziemlich kahlen Stellen rumläuft. In meinem Fall übrigens habe ich keine Chance mehr, dass da nochmal Haare nachkommen, außer ich lasse sie mir von meinem Popo transplantieren. Was ich übrigens nicht vorhabe, das mal klarzustellen, ich stehe zu meinem erblich bedingten Haarausfall. Da sind wir gleich bei den Ursachen, die ich dir jetzt erläutern möchte. Es gibt eine Vielzahl von Ursachen. Es gibt auch eine Vielzahl von Gründen für Haarausfall. Der erblich bedingte, den hatten wir jetzt in meinem Fall, diesen kreisrunden Haarausfall, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Gibt es einen vernarbeten Haarausfall, es gibt einen diffusen Haarausfall. Und alle sehen ein bisschen anders aus, wenn du dir das hier mal anschauen möchtest. Mit 50 bis 60 Prozent ist bei den Frauen der häufigste Haarausfall der diffuse Haarausfall, auf den ich mich heute auch ein bisschen konzentrieren möchte. Der zweithäufigste Haarausfall ist übrigens der erblich bedingte, mit 20 bis 30 Prozent bei den Frauen. Wie kommt es jetzt zum diffusen Haarausfall? Und du kannst dir vielleicht schon denken, wir sprechen hier ja viel über die Frauen, Frauengesundheit. Im Hintergrund haben wir immer ein biochemiges Feuerwerk, nämlich den weiblichen Zyklus. Also irgendwas mit den Hormonen kann ja da auch irgendwie eine Ursache spielen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Es gibt Hormonschwankungen, die einen Haarausfall begünstigen. Und da gibt es nicht nur Hormonschwankungen, die jetzt physiologischerweise sind im Laufe eines Lebens einer Frau, sondern eben, die man sich auch zuführt in Form zum Beispiel der Pille oder auch der Vaginalringe oder auch der Pflaster. Also alle kombinierten Verhütungsmittel können das machen, weil, wenn wir uns die Hormone anschauen, müssen wir eins hervorheben, wenn es in Bezug auf die Haare ist. Und das ist das Östrogen. Du hast Östrogen, ich habe Östrogen. Und dieses Östrogen führt zu sehr gesunden und starken und gut versorgten Haaren. Wer schon hier aufgepasst hat, weiß ganz genau, Östrogen führt auch zu einer vermehrten Durchblutung. Also mehr Nährstoffe. Mehr Nährstoffe an der Haarwurzel führen eben auch zu einem gesunden, guten Haar. Kennen viele Schwangere aus der Schwangerschaft. Nun ist in den kombinierten Pillen ja so eine Art Östrogen drin. Ja, das meiste ist immer sehr synthetisch, also aus dem Labor gezüchtetes Molekül. Aber nichtsdestotrotz hat das meistens eine ganz gute Wirkung auf die Haare und Haarwurzeln. In den kombinierten Präparaten ist aber oft auch ein sogenanntes Gestagen drin, also ein synthetisches Gelbkörperhormon. Und dieses synthetische Gelbkörperhormon, das ist leider der Gegenpart zu diesem wunderbar haarwuchsträchtigen Östrogen. Denn dieses Gestagen wirkt ein bisschen wie ein anderes Hormon, was sich Dihydrotestosteron nennt. Und Dihydrotestosteron ist sehr, sehr, sehr wichtig in Bezug auf die Haare. Denn ein Zuviel an diesem Hormon führt dazu, dass die Nährstoffversorgung an der Haarwurzel nicht mehr gut gewährleistet ist. Die Haarwurzel verkümmert. Hohe Dihydrotestosteronspiegel wirken also dem Haarwuchs entgegen. Ganz im Gegenteil, die Haare fallen vermehrt aus. Und Gestagen hat eine ähnliche Wirkung wie Dihydrotestosteron, weshalb viele Frauen mit kombinierten Hormonpflaster, Vaginalringen oder auch der Pille das Problem haben, dass sie vermehrt Haare verlieren. Da denkt man sich natürlich, oh gut, dann setze ich mal schnell ab. Dann müssten ja die Haare wieder sprießen. Und am Anfang kann genau das Gegenteil passieren. Dadurch, dass dein eigenes Östrogen mit einem abrupten Abfall, der Pille zum Beispiel, auch noch ziemlich lange im Keller sein kann. Du kennst das vielleicht, die eine Freundin setzt ab und hat sofort wieder einen Schweizer Uhrwerkzyklus. Die nächste Freundin hat aber 5, 6 Monate Ebbe, muss also auf den Zyklus warten. Und da haben wir natürlich auch einen niedrigen Östrogenspiegel, weshalb auch nach Absetzen der Pille Haare ausfallen können. Also hier muss man wirklich geduldig bleiben, bis die eigenen Hormone wieder in Wallungen kommen. Dann kommen wir zur Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit. Also hier haben wir ein paar verschiedene Konstellationen. Wir haben gerade gesagt, Schwangere, die profitieren meistens am Anfang davon, dass sie viel Östrogen haben, tolle Haare, tolle Haut, alles super. Aber es kann auch sein, dass während der Schwangerschaft Haare ausfallen. Das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn, weil der Herr Wagner hat ja gerade gesagt, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Problem ist aber, dass du sehr, sehr viele Nährstoffe, jetzt kommen wir gleich auch zu den Nährstoffen, benötigst, um Haare wachsen zu lassen. Aber du hast jetzt gerade ein kleines Lebewesen in dir oder zwei oder drei, die auch sehr viele Nährstoffe brauchen. Und das ist der Grund, warum man vermutet, dass auch während der Schwangerschaft es zu vermehrten Haarausfall kommen kann. Was wir mal ausklammern müssen, ist saisonal. Ich sage meiner Frau gerne, du verlierst gerade dein Winterfell. Tatsächlich kann man das so saisonal auch festlegen, dass man vermehrten Haarwuchs hat oder Haarverlust aufgrund der Jahreszeit. Aber mal unabhängig davon kann man das auch sehen, dass Schwangere selbst im tiefsten Winter oder auch im Sommer Haarverlust haben. Und dann vermutet man eben diesen Nährstoffmangel an der Haarwurzel. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir gerade beim Nährstoffen sind, viele Schwangere entwickeln im Laufe ihrer Schwangerschaft einen Eisenmangel. Das du vielleicht auch schon mal gehört haben. Man wird müde, man kriegt rissige Lippen, rissige Augen. Es geht einem einfach nicht gut. Man fühlt sich nicht fit. Und das ist natürlich auch sichtbar an dem Haarausfall. Und auch hier haben wir wieder Nährstoffmangel, der schwangerschaftsbedingt ist. So, dann ist das Kind da. Alle sind happy. Alles ist super. Und jetzt kann es wirklich sein, dass die Haare büschelweise ausgehen. Und viele, viele, die gerade mit Kind zu Hause sind und sich morgens mal die Zeit finden, die Haare zu bürsten, denken, nächste Woche habe ich eine Glatze. So viele Haare kann kein Mensch verlieren. Das kann überhaupt nicht sein. Tatsächlich ist es so, dass man natürlich nach der Schwangerschaft einen abrupten Abfall hat von all den Hormonen, die man in der Schwangerschaft so hoch gebrütet hat. So wie so ein kalter Entzug. Östrogen, alles fällt runter, Progesteron. Und wenn du jetzt auch noch stillen solltest, dann bleibt das auch sehr lange Zeit so, weil jetzt wird ja das Stillhormon produziert, was den eigenen Zyklus einfach kalt stellt. Du hast also eine lange, lange Periode ohne Periode, ohne Zyklus und eben auch ohne Östrogen, weshalb du auch, je nach Länge der Stilldauer, sehr, sehr lange mit diesem Haarausfall zu tun hast. Aber keine Panik, Haare wachsen wieder nach im besten Falle, aber es dauert eben seine Zeit. Und eins kommt noch on top. Das darf ich als Papa sagen. Kinder sind toll, alle super, aber am Anfang ist es halt ein bisschen stressig. Man ist sehr müde, man ist erschöpft, man findet keinen Tiefschlaf, man kommt überhaupt nicht zum Schlafen. Man isst wenig, man ist einfach ein bisschen erschöpft und kaputt. Und das ist natürlich auch alles nicht gerade perfekt, um eine Haarwurzel mit Nährstoffen wieder zu versorgen, damit die Haare sprießen. Dann kommen wir noch zum letzten hormonellen Punkt, was viele Frauen kennen jenseits der 45. Das sind so die beginnenden Wechseljahre. Was passiert, da kann ich euch auch diese Grafik mal einblenden. Wir haben sehr, sehr lange einen relativ hohen Testosteronspiegel und damit auch den relativ hohen Dihydrotestosteronspiegel. Und du hast natürlich hier wahnsinnig gut aufgepasst und weißt ganz genau, oh ja, dieses DHT ist natürlich nicht optimal für die Haarwurzel. Auch deswegen haben Frauen ab 45 aufwärts oft mit Haarverlust zu tun. So, und jetzt kommen wir noch zu weiteren Ursachen, die wichtig sind, auch in der Kombination der hormonellen Geschichten. Ich kann hier auf alle eingehen, aber ich möchte so ein paar erwähnt haben. Ganz wichtig für den Hinterkopf, eine Haarwurzel braucht wie eine Tulpenzwiebel Nährstoffe. Und diese Nährstoffe, bestehend aus Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, liste ich euch hier alle mal auf, die sind essentiell wichtig, damit gut versorgt zu sein. Und nein, man braucht nicht zwangsläufig ein Nahrungsergänzungsmittel, wo das alles drin ist, in einer kleinen Kapsel, sondern es kommt natürlich auch auf die Bio-Verfügbarkeit an. Also ist es auch nicht verkehrt, das Ganze über die Ernährung zu regeln, denn alles, was ihr hier aufgelistet seht, könnt ihr gut über die Ernährung abdecken. Aber, klar, in stressigen Phasen zum Beispiel, akuter Stress, bei einer Operation oder auch einem Trauerfall oder sonstigen Ereignissen, kann es eine Möglichkeit sein, hier die Haarwurzel mit Nahrungsergänzung zum Beispiel zu unterstützen. Und wenn wir beim Nährstoffmangel sind, dürfen wir auch die Diäten oder auch diverse Essstörungen nicht außer Acht lassen. Auch hier kann es zu massiven Haarverlust kommen, weil eben die Nährstoffe und auch die Zusammensetzung der Nährstoffe nicht mehr passt und nicht mehr stimmt, sodass dann vermehrt Haare ausgehen können. Akuter Stress, okay. Was ist mit chronischem Stress? Da würde ich mich jetzt zu zählen, auch wenn das erblich bedingt ist. Aber chronischer Stress macht so etwas wie eine örtliche Entzündungsreaktion an der Haarwurzel, so die Vermutung, und lässt eben auch Haare vermehrt ausfallen. Das kennen wir alle. Wir sagen immer, wir raufen uns die Haare vor, lauter Stress tatsächlich, fallen sie einfach von alleine aus, wenn wir langfristigen Stress haben. Und so gibt es andere infektiöse oder entzündliche Dinge. Und hier eine kleine Liste für euch, die eben zu vermehrten Haarausfall führen können. Eins sei noch, aufgrund der schon fast verjährten, aber immer noch präsenten Pandemie gesagt, diese Corona-Infektion hat dazu geführt, dass vermehrt Haar ausgefallen ist. Nicht nur auf dieser Ebene, sondern auf vielen anderen Ebenen haben wir gesehen, dass das einfach so eine maximale Infektion war, dass hier die Haarwurzeln wirklich zugrunde gegangen sind, aufgrund einer Covid-Infektion. Also auch hier, wenn du das gemerkt hast, du hattest vor drei, vier, fünf Monaten Covid-Infektion ziemlich heftig, dann fallen nach einem Vierteljahr die Haare auf einmal aus, kann das gewesen sein. Und dann ist mir noch ein großes Anliegen die sogenannten Burnout-Haare. Das hat nichts jetzt mit dem Burnout und dem Stress zu tun, sondern mit einer übermäßigen Pflege. Es wird geklettet, es wird geföhnt, es wird gesprüht, es wird gekämmt, es wird wieder geklettet und so weiter und so fort. Ein Haar ist natürlich sehr robust, aber irgendwann geht auch das in die Knie. Die Haare brechen ab und die Wurzel kommt nicht hinterher, ist nachzuproduzieren. Also hier übermäßige Pflege auch ein Grund für Haarausfall. Ein paar Medikamente möchte ich euch auch noch auflisten, die dazu führen können, dass vermehrt Haarausfall zu beobachten ist. Also wenn ihr sowas hier einnehmt, bitte darauf achten, wenn dazu Haarausfall kommt, könnte daran liegen. So, du bist reingeblieben, weil du natürlich wissen willst, wie geht es jetzt weiter? Was kann ich therapeutisch denn tun? Zu wem wende ich mich eigentlich? Große Frage in der gynäkologischen Praxis. Die Hautärztin schickt zum Gynäkologen und die Gynäkologin schickt zum Hautarzt. Und diese zwei müssen sich irgendwie finden. Tatsächlich ist die Dermatologin oder der Dermatologe die erste Anlaufstelle, weil die hoffentlich natürlich auch die hormonellen Dinge im Kopf haben. Aber es kann sein, dass die sagen, so, also ich schließe mal alles andere aus. Jetzt müssen wir doch mal hormonell gucken. Eine hormonelle Interpretation der Befunde ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Facharztausbildung in dem Bereich. Deswegen überweisen sie gerne auch mal an die Gynz. Die Gynz sind teilweise relativ überfordert, weil sie überhaupt nicht wissen, worauf sie achten müssen. Das ist aber wirklich ein wichtiger Punkt, denn wir haben das mit den Hormonen besprochen. Die Hydrotestosteron, Testosteron etc. kann man sich alles mal anschauen. Was wird gemacht bei solchen hautärztlichen Besuchen? Es wird ein Trichogramm gemacht, es wird mit einem Dermatoskop, also dass man diese Haarwurzel sich einmal anschaut unter dem Vergrößerungsglas, Blutuntersuchungen können nötig sein wegen dieser Nährstoffmangel etc. Und je nach Ursache muss man halt auch eine Therapie rechten. Hast du irgendwelche Medikamente, die ich vorhin aufgelistet habe, muss man schauen, ob man die umstellen kann. Hast du ein stressiges Ereignis gehabt vor drei, vier Monaten, geht man davon aus, dass dieses stressige Ereignis natürlich jetzt abeppt und es besser wird. Hast du Hormonprobleme, muss man gucken, kriegen wir die irgendwie in den Griff. Hast du Nährstoffmangel, muss man schauen, kriege ich den per Ernährung oder Ernährungsberatung in den Griff oder muss ich sogar Nahrungsergänzung nehmen. Und da bleibt die Faustregel. Immer daran denken, es kann einfach zurückliegendes Ereignis sein. Haare brauchen sehr, sehr lange. Und das ist auch das Problem bei vielen, die eine Nahrungsergänzung machen. Die sagen, ich nehme eine Woche irgendwelche Tabletten und es passiert nichts und schmeiße das Ganze in die Tonne. Dabei muss man wissen, dass es einfach mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern kann, bis die Haare wieder adäquat und sichtbar nachgewachsen sind. Du willst das mit dem Thema Wechseljahre nochmal ganz genau wissen. Ab 45, wie geht denn sowas so früh los? Kannst du dir hier das Video gerne einmal anschauen. Und das PCO-Syndrom geht ja einher mit vermehrtem Haarwachstum. Was man dagegen machen könnte, das erkläre ich dir in diesem Video. Und für dich ist das Wichtigste, in diesem Moment mir ein Abo dazulassen. Dann kann ich nämlich euch helfen, euch selbst besser zu helfen. Mir zu helfen, euch zu helfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.